herzlich willkommen bei einem weiteren spannenden video der gut wetter fabrik heute geht es um ein thema das alle menschen betrifft nämlich ihre freizeit gestaltung und wie kann man seine freizeit am besten reimen langen harten arbeitstag gestalten natürlich mit dem arrebos aufblasbaren wordpool für sechs personen da es eine ganze reihe an aufblasbaren wordpools gibt die redaktion aber vom arrebos überzeugt wurde findet ihr dennoch unten in der video beschreibung unseren vergleich sowie weitere interessante angebote der arrebos aufblasbare wordpool hört auf den schönen spitznamen er besitzt eine automatische aufblasfunktion das bedeutet es wird kein werkzeug mehr zur installation benötigt die größe des pools ist dabei ausreichend für circa vier wachsene und zwei kinder wir schauen regelmäßig für euch wo ihr ein produkt wie dieses möglichst günstig kaufen könnt entsprechend haben wir unter diesem video in der infobox das aktuellste angebot für euch rein gepackt schaut doch deshalb gerne einmal hinein wenn ihr möglicherweise ein wenig sparen möchtet alternativ findet ihr dort auch zusammenfassend ein paar infos falls euch das video zu lang ist zudem verfügt er über 130 luft sprudel massagedüsen die regelmäßig tausende von blasen erzeugen welche für ein gleichmäßiges und flächenverteiltes massage erlebnis sorgen die wassertemperatur ist über das bedienpanel bis zu 42 grad regulierbar also schön warm zudem verfügt der arrebos whirlpool über eine automatische abschalt und stand-by automatik im pool selbst ist ein filter mit 80 lamellen verbaut wodurch er sich für circa 4000 quadratzenten der fläche eignet dieses gehört zu einem der effektivsten aktuell auf dem markt erhältlichen filter system für wordpools rom macht seinem namen dabei alle ehre denn das produkt ist eines für jahrtausende vor allem die häufige und komplizierte installation wird von vielen kunden gelobt denn der wordpool lässt sich in einzelarbeit aufbauen dazu benötigt der pool gerade einmal zwischen fünf und zehn minuten schließlich muss er nur noch befüllt und beheizt werden die zentrale steuerung inklusive aller aufregender funktionen wird über ein led display vorgenommen so dass er locker für den innen oder außenbereich ein exklusives erlebnis bilden kann das digitale bedienfeld lässt keine wünsche offen die einstellungen für die massagefunktion das filter system sowie die heizung können dort zentral vorgenommen werden im paket ist eine wordpool abdeckung zudem inklusive so dass bei nicht gebrauch der wordpool vor umwelteinflüssen geschützt ist zudem kann man auf dem led display ablesen wenn der filter alarm losgeht und dieser gesäubert beziehungsweise ausgewechselt werden sollte der filter verfügt dabei über eine hohe leistung muss aber dennoch kontinuierlich gesäubert werden ebenso sind einstellbare sicherheitsschneiden enthalten diese machen es besonders einfach die abdeckung mit dem pool zu verbinden zudem wird der wärmhalte effekt optimiert und man kann damit auch sicher gehen dass betrunkene oder kinder während des aufheizens nicht in den pool fallen weiteres praktische zubehör paket ist eine bodenmatte die zum schutz des wordpool bodens dient und natürlich auch die füße warm hält im kalten wintertagen um den pool transportieren zu können verfügt dieser über zwei tragegriffe so dass er im wasserleeren zustand an jeden verschiedenen ort gelangen kann die pvc höhle des wordpools kann mit hilfe eines mitgelieferten reparatur flicken von kleinlöchern oder einstichen ausgebessert werden die dynamischen luftdüsen sorgen für einen entspannten auftrieb dieser lindert nacken und rückenschmerzen und dient um der schmerzlinderung die kontrollierbare wassertemperatur sorgt für entspannung bei jedem wetter sowohl im sommer als auch im winter habt ihr schon einmal selber einen aufblasbaren pool von aribos der reihe rom oder einer anderen reihe dann schreibt das doch unten in die kommentare gerne interessieren wir uns auch für erfahrungsberichte wenn ihr bereits bei einem freund oder einer freundin den pool nutzen konnte wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch einfach einen like oder ein abo da damit ihr auch in zukunft keine weiteren videos der gut wetter fabrik verpasst es wird uns freuen euch noch einmal bei uns begrüßen zu dürfen so